Musik Ein Mann, ein Ball, ein Schuss, ein Tor, ein Tor, ein Tor, ein Tor. Musik Ein Mann, ein Ball, ein Schuss, ein Tor, ein Tor, ein Tor, ein Tor, ein Tor. Ja, ich bin ja vor drei Tagen nämlich angerufen worden und bin informiert worden. Und da war ich natürlich sehr sprachlos und da war ich natürlich unheimlich berührt. Es ist also wirklich wirklich ein großer Auszeichen. Ich bedanke mich bei den Personen, die das veranlasst haben. Und also ich bin wirklich von den Emotionen her, bin ich sowieso von Tone. Und es wäre natürlich heute, wenn die Mannschaft in Verbindung mit euch retten, wenn wir das bewerkstelligen könnten, dass wir heute in Stuttgart schlagen. Das wäre natürlich so. Aber vielen Dank und es war eine schöne Zeit. Und es ist eine schöne Zeit. Und es ist eine schöne Zeit.